Ladies and Gentlemen, jetzt kommt der Augenblick, auf den Sie alle gewartet haben. Der weltberühmte Jack Rabbit Slims Twist-Wettbewerb. Heute wird wieder ein glückliches Pärchen diesen attraktiven Pokalerringen, den Marilyn hochhält. Also wer sind unsere ersten Teilnehmer? Hier drüben. Das Pärchen da drüben. Kommen Sie bitte nach vorne. Ich will tanzen. Nein, 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 nein. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Also ich will tanzen, ich will gewinnen, ich will diese Trophäe. Ach, alles klar. Also tanzen Sie gut. Einen großen Applaus für unser erstes Tanzpaar. Jetzt möchten wir natürlich noch unsere Teilnehmer kennenlernen. Junge Dame, wie heißen Sie? Mrs. Mia Wallace. Und wie sieht es mit Ihrem Begleiter aus? Vincent Vega. Alles klar. Zeigen Sie uns, was Sie können. Legen Sie los. Na los, Mia. Na komm. Na komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017